Diese hier angebotene 4-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Rath. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 104 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1400 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017